In Peppermint Angel of Vengeance spielt Jennifer Garner die Figur Riley, das ist eine Mutter, die nach dem grausamen Tod ihrer Familie aus dem Koma erwacht und feststellen muss, dass die Polizei und Justiz keinerlei Hilfestellung leistet, den Fall aufzuklären, sondern die Mörder ihrer Familie sogar noch deckt. Voller Wut, Schmerz und Verzweiflung beschließt sie, die Gerechtigkeit in die eigene Hand zu nehmen. Fünf Jahre lang verschwindet sie von der Bildfläche und bereitet sich auf einem unaufhaltsamen Rachefeldzug vor. Die einst so gesetzestreue Bürgerin wird dadurch zum unaufhaltsamen Racheengel, der der Unterwelt, der Polizei und dem FBI immer einen Schritt voraus ist und Vergeltung auf ihre ganz eigene Art und Weise ausübt. Am 27. Mai 2022 veröffentlichte Hanses Sound den Film Peppermint Angel of Vengeance aus dem Jahre 2018 mit einer Lauflänge von 101 Minuten und einer Freigabe ab 16 Jahren in drei verschiedenen Mediabook-Cover-Varianten. Hier seht ihr Cover-Variante A, das dem US-Kinoposter entspricht. Alle drei verschiedenen Cover-Varianten sind auf 555 Exemplare limitiert. Und hier sehen wir Cover-Variante B, das südkoreanische Kinoplakat von diesem Film. Cover-Variante C entspricht dann dem deutschen Kinoplakat und ist ebenfalls wie die anderen Cover-Versionen auf 555 Exemplare limitiert. Hier haben wir dann das Mediabook vor uns liegen und zwar unfoliert. Wie wir sehen können, ist es ein glänzendes Mediabook und ich zeige euch jetzt mal hier die Druckqualität, die absolut für sich spricht. Man sieht hier die kleinsten Details von Jennifer Garners Gesicht auch und auch Haarsträhnen. Also von der Druckqualität ist das richtig genial. Gefällt mir sehr gut. Wir haben hier wieder eins der neueren Mediabooks und zwar mit einem verstärkten Mittelsteg, wie wir das hier sehen können. Hier haben wir den Titel schön zentriert in der Mitte draufstehen. Dann haben wir hier noch eine Einbrennfalz, eine ausgeprägte, was das Ganze stabiler machen soll als die vorherigen Mediabook-Erscheinungen aus dem Hause Hansesound. Dann haben wir hier die Rückseite. Auf der Rückseite haben wir die Inhaltsangabe stehen. Dann haben wir selbstverständlich ein paar Szenenfotos und auch noch das Bonusmaterial, das hier vorhanden ist. Das könnt ihr euch jetzt ablesen. Außerdem haben wir die Credits und natürlich auch noch die technischen Daten der Blu-ray und auch der DVD und des Weiteren noch ein paar Logos sowie das FSK-Freizeichen. So viel einmal dazu. Dann schlagen wir das Ganze auf. Oh, sieht ja richtig nice aus. Hier das Artwork. Holen erstmal die Disc raus. Hier haben wir sozusagen Cover-Variante A auf der Disc drauf. Dann haben wir hier einen richtig schönen Innenprint. Also das gefällt mir sehr gut. Auch hier die Qualität wunderbar vom Druck. Das Booklet ist eingenäht. Wir sehen aber keine irgendwelche Reste rausgucken vom Kleber. Und die gegenüberliegende Seite ist auch fast frei von Rissen. Hier oben ein ganz kleiner. Aber ansonsten hier sieht das eigentlich recht ordentlich aus. Das Papier ist jetzt auch auf konstant gutem Niveau hier und zwar über das komplette Booklet. So wollen wir das. Und dann haben wir hier, wer auf Rache aus ist, der Grabe zwei Gräber, der Vigilant im Kino von Peter Osterried. Wir haben so ein Artwork. Das dürfte das hier von hier vorne sein. Stark in der Deckkraft zurückgenommen. So ein bisschen wie ein Wasserzeichen. Aber damit es nicht ganz so nackig weiß ist, ist das natürlich auch gut. Das Bild hier von Jennifer Garner sieht auch sehr gut aus, wie das hier bedruckt worden ist. Ist ja ein recht solider Actionfilm mit einer sehr überzeugenden Jennifer Garner. Also egal, ob sie hier die verzweifelte Witwe spielt, deren Familie umgebracht wurde und sich dann hilflos dem System gegenüberstehen sieht und auch eben diesen Kriminellen, die ihre Familie umgebracht haben. Das spielt sie überzeugend. Auch den Part als Racheengel, der Vergeltung übt, spielt sie auch überzeugend physisch sehr stark. Auch die Emotionen bringt sie super rüber. Der Film krankt halt natürlich an der einen oder anderen Logiklücke. Und dass man hier actionmäßig jetzt nicht besonders irgendwas Außergewöhnliches sieht, was man nicht zuvor schon in anderen Filmen gesehen hat. Speziell auch in 96 Hours, den der Regisseur hier auch schon inszeniert hatte. Aber wie gesagt, es ist ein recht solider Actionstreifen mit einer überzeugenden Hauptdarstellerin. Und den kann man sich definitiv einmal geben. Ob man sich hier das Media Book geben muss oder nicht, das könnt ihr hoffentlich nach diesem Präsentationsvideo für euch selbst entscheiden und wisst, was euch dann hier erwartet vom Produktionstechnischen her, aber dann auch natürlich vom Inhalt. Ihr seht es hier, das entspricht aber auch so ziemlich den anderen Aufmachungen und Layouts der Media Books aus dem Hause Hansesound, die ich euch bereits vorgestellt habe, zuletzt, wie zum Beispiel Papillon oder Brick Mansions. Hier geht es weiter. Und dann sind wir auch schon durch. Also eigentlich recht ordentlich, da kann man nicht großartig meckern. Hier haben wir dann auch noch das südkoreanische Motiv hier drauf auf der Disque. Also somit haben wir hier alles beieinander bei dieser Cover-Variante. Und zum Abschluss haben wir hier dann auch noch einen schönen Backprint. Also auch das kann sich natürlich durchaus sehen lassen, wie ich finde. So, dann machen wir hier noch schnell Cover-Variante A auf. So sieht das Ganze aus. Spine hier auch, sehr schön. Und hier die Rückseite. Und da können wir mal wieder vergleichen und sehen, dass es hier zwei unterschiedliche Rückseiten gibt. Eigentlich drei, wenn man alle drei Media Book Editionen miteinander vergleicht. Das ist natürlich auch sehr cool. Und dann gucken wir mal, ob der Innenprint hier noch etwas anders ist. Das gab es ja bei der einen oder anderen Produktion. Nein, das ist gleich. Auch die Disc-Belabelung ist gleich. Und hier dann eben auch die Rückseite. Okay, verstehe. Und dann haben wir hier eben noch Cover-Variante B. Das südkoreanische Filmmotiv. Und sehen, dass sich das hier auch wieder unterscheidet. Und vom Innenprint müsste es eigentlich gleich sein. Und deswegen erspare ich mir hier, das Ganze nochmal aufzumachen. Also, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video einen guten Einblick gewähren, was euch denn mit den Media Books von Peppermint aus dem Hause Hansesound erwartet. Falls ihr noch mehr wissen wollt über den Film, guckt in die Videobeschreibung. Da verlinke ich euch selbstverständlich den Trailer und dann auch noch den IMDb-Eintrag. Und da könnt ihr euch dann noch weiter einlesen, sofern ihr denn möchtet. In diesem Sinne, danke fürs Zugucken, meine Freunde. Auf bald und Servus.